Hallo zusammen und willkommen bei ARK Survival Roof mit Anduin und Tiva, meiner Wenigkeit. Servus. So, es ist ganz früh am Morgen und wir wollen jagen gehen. Meine Kinder sind hungrig. Ja, die Tussi ist wieder hinten nach, aber ist ok. Anduin, wo bist du? Ah ja, themenst du mir bitte vielleicht noch ein, zwei so Spucker? Ja, wenn wir welche sehen am Weg, können wir noch welche Themen. Momentan ist es noch ein bisschen nebelig, weil es nicht gleich werden, wenn die Sonne aufgeht. Ja, vor allem, wenn man dort um die Ecke kommen soll. Ja, dann habe ich eine richtige Meute bei mir mit und wir können schön jagen gehen. Ja, was haben wir vor? Also der Horst ist fertig geworden. Ja. Ja, das ist unser Flugpunkt. Wir zeigen euch dann, was weiß ich, nächste, übernächste Folge. Also ihr werdet es natürlich noch sehen, aber wir haben ein Thema, wir brauchen jede Menge Fleisch, weil wir können jetzt die Flugtiere oben nicht raufstellen, weil die zu weit weg sind von der Fleischkiste unten. Jetzt brauchen die selbst oben eine. Genau. Und damit da ja nichts passiert, haben wir jetzt gesagt, jetzt schauen wir mal vorher, dass wir das Fleisch zusammen bekommen. Ok, es ist einfach ungesund, wenn man sich zum Kacken hinsetzt. Ja, Toto war selbst schuld. Genau. So, da vorne läuft Anduin und wir folgen. Ja, ich mach den Speer. Genau. Stänkere an und ihr legt es dann. Genau so ist es. Also wir kommen mittlerweile mit Schildes zurecht, mit Trikes, wenn sie nicht allzu hochgelevelt sind, auch mit zwei Trikes. Da mit so einem Kampfdodo auch was da steht. Kampfdodo? Ja, richtig furchterregend hast du. Ah, ein Kampfdodo. Ich hol mir da meinen Kampfdodo. Level 2. Mhm. Ja, volles Killerdodo. Ja, ich hab gesagt, ich begleite die Tibor beim Fleischfarmen, weil mein großes Ziel wäre, dass wir einen ersten Fleischfresser teamen. Also einen richtig großen. Die kleinen fressen ja auch Fleisch, ne? Entweder ein Raptor. Raptor. Also das wäre jetzt die Alternative. Besser gefallen. Oh, ist das ein männlicher? Nein, das ist ein weiblicher. Was weiblicher? Oh, ist das süß. Er ist leider ein weiblicher. Ja, braucht man ein Männchen, dass wir die Eier bekommen. Mhm. Ah, da vorne fliegt wieder einer. Mhm. Schon gerade gesehen. Das ist wahrscheinlich ein männlicher und setzt sich nie wieder, ne? Ah, doch. Er landet, er landet, er landet. Nein, nein, er landet nicht. Was bist du? Männlich. Nicht auf die offene See raus. Ja, ich geh mit meinen. Einmal ein Stück weg. Ja, du magst ihn nervös. Jetzt fliegt er da raus auf die Felseninsel. Ja, es werden sicher noch einige kommen da vorn. Kommt er wieder. Ja, lauf du weiter einmal mit deiner. Okay. Ich glaube nicht, dass er so auf Spucker steht. Okay. Weil er überquert gerade im Pazifik. Ja. Jetzt kommt er retour. Was ist, landest du jetzt mitten im Wasser? Hm. Äh, Dachstation. Ich hätte gern noch ein paar Spucker. Was ist denn jemand, der da drastend tut? So. So, ich schau, ob ihr genug Fleisch drin habt. Okay, sechs Stück. Passt. Jetzt kommt er eine kleine Retour. Fünf? Mhm. Ah, dich kann ich leveln. Ja, Gesundheit brauchst du unbedingt. Fünf Stück. Du kriegst auch noch eins. So, dann geh weg. So, Prinzessin hat sechs Stück drin. Oh, drei. Gut. Und? Schon Erfolg gehabt? Nein. Ich schau grad, was da... Ah, da vorne bist du. Da ist ein Parasaurus. Das tritt Eratops. Hätte Level fünf. Ist es verliebt? Nein. Na dann. So, meine Kinder haben's Glück früßen. Jupp. Brav. So. Dann da ist er so aus. Na, den rennen kann ich machen. Schauen wir mal, was er wird. Level 20. Hm. Ja, die laufen wieder im Wald nach und weiß... Und weiß Gott, was die dann... Ja, ja, bleib im Felsen hängen. Komm. Hab ihn. Okay. Wir werden jede Menge Fleisch für dein großes Vorhaben... So, bleib einmal kurz stehen mit Ihnen, weil dann lege ich das Fleisch bei Ihnen rein. Stehen bleiben. Ja, ja, Sie stehen. Weil bei Ihnen vergammelt es nämlich weniger schnell als mit Ihnen. Stimmt, ja. Das stimmt. Geht, weiter geht's. Geht. So. War das da vorne nicht ums Eck, wo wir noch ein paar Spucker... Oh, da ist Skorpion. Ist da vorne. Skorpion? Ich sehe... Oh. Na, ganz am Strand. Ganz vorne. Okay. Ja. Siehst den jetzt davor? Ja. Ist aber nicht schlimm. Den schaffen wir. Okay. Schauen wir uns vorher die zwei da an. Okay. Was hat das Strike? Das Strike hat 24. Das wollen wir glaube ich nicht. Nee. Aber der da hätte Level 12. Den erlegen Sie sofort. Ja, aber Sie sind langsam. Und er ist schnell. Ja, ich bin ja dabei. Ich lauf eh so schnell mit dir. Dann greif ihn mal an und ich schieße dann drauf. Treibs in deine Richtung. Okay. Ist schon. Äh. Okay. Dressen Sie jetzt noch? Ja. Da muss man schon Hand anlegen. Ja, nur die Dinge hätten wir einfach mehr rauskriegt. Hm. So, beim Skorpion wie sind wir da im Level. Da wäre jetzt wieder das Fernglas. Gut, ne? Ah, er kommt. Das hat sie erledigt. Wir müssen jetzt gegen Skorpion. Bist du da? Okay. Mhm. Ist keine große... kein großes Problem. Ja, der war ja gut. Der war Level 5. Siehst, für das braucht man das Fernglas. Den hätte man mitnehmen sollen. Da siehst du dann nämlich die Level und so, aber ins Wetter weg sind. Okay. Ich hätte noch ein, zwei. Oh, oh, da sitzt einer. Das ist ein kleiner Flug. Ja, und da, da drüben sitzt ein Spucker. Der kommt geradewegs auf dich zu. Pff, zu lange gewartet. Nein, ich Arsch. Ich will den Spucker. So, ich darf nicht noch ein paar Prozent. Den Pfeil platzieren. Wie? Einfach schießen. Beim nächsten Mal. Ja. Schauen wir mal was ist es? Ich nehme ihn aber nur wenn es ein Männchen ist. Was ist so weiblicher? Den kannst... Aber eher weiblicher ist auch nicht. Admin, ne? Ja, warum fressen sie denn nicht? Ups, da hat er den Schwanz hergehalten. Da ist so ein Nasendino. Könntest du, glaube ich, auch hier nehmen, der hat Level 2 oder so. Da vorne war, glaube ich, irgendwo so ein großer Fleischfresser. Wo? Vorher ist er da unter dem Baum gestanden. Drüben, auf der anderen Seite von der Flucht. Ah, der ist da rauf in die Schlucht. Ich sehe ihn da oben, geradeaus. Ja, ich versuche gerade den da abzuschieben. Ah, scheiße. Jetzt gehen die ins Wasser mit ihm, na hallo. Admin! Bitte sei ein Männchen, wo ist er denn? Hallo? Hallo, wo ist er? Er ist ja gerade runtergekommen. Bist du nur da? Äh, ich bin da, aber... Dann ist er da irgendwo... Ah, da! Ah, der greift mich an. Okay, wo ist er denn jetzt? Äh... Ah, da! Fliegt er! Was ist denn jetzt los? Was da jetzt hier bitte? Alter! Könntest du bitte deine Hündchen zurück pfeifen? Ja, wenn sie mal Blut geleckt haben, dann ist es... Männchen! Geht's weg? Weg! Ah, ihr... Ah! Was war ein Männchen? Ich bin da überhaupt nicht geiraten. Nein! Wisst ihr, wie lange ich schon auf... Ja. Und jetzt tun will, wenn wir es nicht gewesen wär. Mhm. Irgendwo da hat sich so ein Schweinchen bewegt. Also wir wissen jetzt, wenn ich was themen will... Genau, muss ich mich weit weg aufhalten. Ja, da bewegt sich was, du hast recht. Und zwar habe ich gerade einen Raptor gesehen. Ich glaube, es ist ein Raptor. Er verfolgt gerade das Schweinchen. Und da oben ist ein Bär. Geradeaus von dir, ne? Da oben ist ein Bär, ja. Und vor dir ist ein Nasentino. Und du hast recht, im Schatten der Bäume ist ein Kanosaurus. Er wäre natürlich cool. Aber... Ah, der Kanosaurus matcht sich mit dem Bär. Ich sehe es, ja. Ich halte mich allerdings im Hintergrund, damit ich... Okay. Ups, da ist so ein Dilophus, äh Spucker. Oje, der Bär hat gewonnen. Da kommt ein Dilophus auf mich zu. Ich lock ihn da zu dir her. Okay. Dann haben wir was sieht. Wieder nützt. Na. Er kommt wieder. Ein Wäbchen. Ja, da. Ist ein Wäbchen. Ist ein Wäbchen. So, ich kann wieder sehen. Juhu. Ja. Da haben wir da. Ein Parasaurus. Sag einmal, der Kano liegt da hinten noch, gell? Ja, den hat der Bär. Ich schau, ob ich ihn warmen kann, oder? Ich schau, ob ich den Bären erwische. Na, bitte. Du weißt nicht, was der Fanlevel hat. Stimmt eigentlich. Achtung, Spucker kommt auf dich zu. So, ich hab ihn. Oh, der Bär steht neben dir. Okay, dann geh ich mal ganz nett weiter. Aber er wollte nix. Ich schau einmal, was er für ein Level hat. Okay, ich schieße ihn an. Na, geht schon. Ja, du kannst das probieren, aber... Ja, okay. Denen schaffen sie. Halleluja. Die Leiche des Bärner schlägt. Das hat geil ausgeschaut. Bei mir. Na, cool. Ich hab neun Pelze. Der kommt richtig auf dich zugesegelt. Ich hab neun Pelze. Ich vertu's grad neben dem Wasser. Super. Ah ja, genau. Das ist auch so ein Thema. Das braucht man für die Pelzrüstung. Das braucht man dann in der Schneelandschaft. Das Einzige, mit dem du dort reinwagen kannst. So. Du, was ist mit die Parasaurus da jetzt? Das werden die Fleischfresser jetzt ziemlich weg. Der da hat Level 5. Okay. Das ist ein... Ein Happen. War sie? Und was hat der da? Also, ich möchte gleich nachhören. Der hat Level 8. Den schaffen's genauso. Na bitte. Warum fressen die jetzt nicht? Vielleicht sind sie satt. Ah. Das kann natürlich sein. So. Und da war irgendwo gleich der nächste. Wo ist da? Und schon wieder bei euch. Ah ja. Gut. Äh, noch ein Stück entlang vom Strand? Ja, ist okay. Da vorne ist ein Spucker. Kannst du den mal... Vielleicht habe ich dann noch ein Hündchen. Ich geh mal vor, wenn's ein Männchen ist, dann... Die Männchen. Genau. Ja, genau. Patriceratops hat Level 5. Was bist du? Ein männlicher Level 5. Okay, Kinder. Wir gehen da mal kurz weg. Passt. Hast du ihn? Ja. Okay. Ich hab's ja kein Fleisch. Passt. Passt. Hast du ihn? Ja. Ich hab's ja kein Fleisch. Und stellst du ihn dann auch gleich auf aggressiv? Also auf... Verteidigung ein. Du kannst ihn ja bei dir anhängen. Okay. Bleibst du in der Nähe? Ja, ich steh neben dir. Ich steh neben dir. Okay, dann bleib ich nämlich in seiner Ansicht drinnen. Mhm. Er hat nämlich nicht allzu viel Benommenheitspunkte. Ja. Ja, es ist halt wieder ein kleiner. Macht ja nix. Was? Wenn wir hatten ja also bescheiden. Ja, da wird er... Gesundheit wird noch aufgepeppt als erstes. 15... Aber schaut schön aus. Schwarz mit roten Spitzen. Cool. Stacheln? Da ist er schon. Level 7 hat er. Okay. Äh, vergibst du den Namen, ich? Na, na, du kannst mir ruhig was sagen. Ähm... Baroness oder so? Na, ist ein Männchen. Baroness. Achso. Nein, der Baron. Baroness. Und im Moment folgt er dir. Ich lass ihm das ganze Fleisch drinnen wieder. Mhm. Und ich schalte ihn weg. Okay. Und umstellen sollen auf, äh, auf neutral, ne? Oh, na, aggressiv, ne? Aggressiv ist das. Aber aggressiv hast du den? Nein. Greffer, Ziel an. Mein Ziel, ne? Achso, na, er ist eh richtig eingestellt. Okay. Das hast du einen Greffskräfte an. Genau so. Neutral wäre der Dodo gar nix. Dodo gar nix, das wäre nicht Sinn. Da ist ein Dodo. Gut, das kannst mit der... Eine Zwischenmahlzeit für die Kleinen. Da packt ein Drake. Mhm. Schauen wir mal, was es hat. Level 5, auf das kannst du das auch loslassen. Ah. Oh, oh. Libellen. Ich seh' sie nicht. Das ist nur die Frage, wo es liegt. Äh, ich wurde vergiftet. Ah. Geht schon wieder. Was ist denn du da? Achtung, hinter dir sind Schildkröter. Vor dir liegt so ein Ausfluss. Ja, aber den kann ich irgendwie nicht zerlegen. Ist es wieder weggegangen, die Vergiftung? Ja, ja. Ist weg. Das ist das Totenkopf-Symbol, oder? Äh. Da die Libelle habe ich auch ausgenommen. Ich kann das Ars-Ding nicht greifen. Ah ja, und da liegt auch einer. Ah ja. So, Triceratops. Äh, ich krieg die Libelle nicht geknackt. Ja, dann renne ich immer im Kreis dabei, dann geht das. Lass mich immer. Äh, hops. Und den Arsfresser. Da. Hops. Passt. So, ein Triceratops. Stich. Da liegt es. Mhm. So, ich leg ja wieder bei einem das Fleisch rein. Mhm. Das mach ich ja immer gleich. So. Gästeh! So. So. So, so. Vielen Dank.